wunderschönen guten morgen oder guten abend oder guten mittag wenn ihr dieses video immer seht bei mir ist es gerade morgen und zwar kurz nach 11 aber egal dies ist ein kleines ankündigungs video wie ihr vielleicht schon im videotitel gesehen habt und zwar bringt der osterhase ein kleines neues let's play mit ich werde euch nicht sagen welches let's play es ist weil es leute gibt die sich nicht wollen aber wenn ihr unbedingt wissen wollt welches let's play das ist dann könnt ihr gerne auf unserer internetseite vorbeigucken die habe ich auch verlinkt 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 in der kanalbeschreibung ich freue mich drauf ich hab da richtig bock drauf ist ein singleplayer let's play das werde ich machen ostersonntag kommt dann die erste folge und dann kommt jeden zweiten tag eine folge das heißt montags kommt dann ostersonntag kommt dann das let's play montag kommt wieder minecraft dann kommt dienstag wieder das let's play mittwoch kommt wieder minecraft und dann immer so weiter ich freue mich richtig drauf vielleicht macht der zockeletz oder marcus egal irgendwann auch noch ein singleplayer let's play aber ich finde es echt cool wenn ihr dann mal vorbeigucken würdet und ich freue mich richtig drauf wie gesagt und ich will euch nicht lange aufhalten dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und haut rein oder schönen tag noch oder was auch immer egal